Hey yo, herzlich willkommen zu Ich liebe die heute mit der Scorpius. Wenn ihr wissen wolltet, was eigentlich geplant war für den heutigen Tag, bevor wir spontan auf die Scorpius umgestiegen sind, hier ist ein kurzer Clip. Der Grund, warum ich hier auch gerade noch so einen ruhigen mache, obwohl wir hier schon ingame sind. Ich habe abgewartet, ob das hier der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist, weil ich wollte eigentlich auf Horizon das Ganze machen. Aber im Dunkeln finde ich irgendwie blöd. Wir können es auf A-Corp probieren. Irgendwie hätte ich da auch Bock drauf. So und heute versuche ich auch einmal den Sport zu machen. Kann ich eigentlich ja jetzt machen, weil es ist noch eine Menge vom letzten Mal übrig. Auch wenn es super warm ist. Wir gucken nur, ob es hier irgendwo... Nein, 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 warum? 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 Was ist das denn? Rot Alarm! Ach so, wir sind im Sperrgebiet. Ah, okay, deshalb. Okay. Hä, aber heißt das, man kann hier nirgendwo landen oder was? Wir brauchen irgendwas, was auf der Sonnenzugewandten Seite ist. Wie Area 4. Da hast du. Guck mal, da sehe ich doch direkt ein halbes Dutzend Landingpads. Nein, 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 nein. Wer jetzt hier so schräg einparkt und dann wird das gleich mega geil, wenn wir wenn wir dann da raus, ich will dann da rein Alter, warte mal kurz, ist das da eine Scorpius in the Sky? Oh Gott Aber jetzt habt ihr schon mal einen geilen neuen Effekt gesehen, ne? Ist der nicht Hammer? Ist das nicht Hammer cool, dass ich jetzt bei einer Raisin-Landung den hier machen kann? Ah, 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 ah Nein Nein Und da schiebt sich die Scorpius ins Bild Machen wir jetzt einen Scorpius, ich liebe die Ja Leute, äh, also Mpaku, darf ich mir zufälligerweise diese wunderschöne Scorpius ähm, ausleihen? So, und jetzt schauen wir uns aber die Scorpius an, die richtig geil ist Äh, wirklich, ich bin froh, dass es sich jetzt ergeben hat, dass der gute Mpaku hier mit seiner Scorpius war Und sie uns direkt unterbreitet hat und sie uns direkt unterbreitet hat und mir gesagt hat, ich darf sie benutzen, damit wir jetzt mal die Scorpius uns anschauen können, denn die ist ultrageil Ich liebe Schiffe, die Dinge aufklappen, das hat sie noch und nöcher für einen, ähm, Fighter, ja, mittel oder schwer, ja, lässt sich, wir warten einfach, ja, es ist, was es ist, entweder es macht, was es soll, ihr könnt damit killen oder nicht, darum geht's hier bei dem Ding Und ich denke mal, es hat auf jeden Fall die Kapazität, der Torm ist gerade nach oben gefahren, der kann sie auch nach hinten runter einklappen, das werden wir euch auch gleich noch zeigen, denn Mpaku ist ein toller Co-Pilot und er wird mich dabei unterstützen Äh, also für zwei Leute gemacht, beide Leute haben vier Size 3 Hardpoints zur Verfügung, der Pilot kann seine Waffen hier an den Flügeln auch gimbeln, äh, dann sind es natürlich nur noch Size 2 Waffen Äh, ansonsten 16 Size 2 Raketen, heftig, und eine ganze Menge Sachen zum Ausklappen und die schauen wir uns zuerst an Äh, und ich rede nicht von den Flügeln, die sich auch noch ausklappen, ja, man sagt ja so ein bisschen, das ist der X-Wing von Star Citizen Es ist ein geiles Schiff und es ist so unik, ich würde das gar nicht mit dem X-Wing vergleichen wollen, das sind für mich komplett unterschiedliche geile Schiffe Ähm, aber, ja, wer die X-Flügel-Formation da so mag, der, für den ist das das richtige Schiff So, jetzt schauen wir uns erstmal die ganzen Komponenten an, aber zuallererst werde ich euch zeigen, wo ihr, wenn ihr ein Scorpius-Pilot seid, ein Bounty Hunter, whatever, eure Waffen unterbringt, euer Equipment Und zwar, drückt ihr den Knopf hier und dann fährt sich da einfach ein kleiner Waffenschrank aus Ist das nicht hammergeil? Äh, Trondi, vielen Dank für deinen Follow Ähm, ja, also ist das nicht hammergeil? Ich liebe das, wie, wie es auch nochmal zur Seite ausklappt und so Äh, kriegen fast alle Schiffe, die Gladius hat ja zum Beispiel auch schon ihr kleines Weapon-Rack Aber hier fährt sich das so schön nach unten, man kann einfach im Stehen direkt hingehen Und das ist dann sicher hier verstaut So, davor haben wir einmal Avionics und dann nochmal Raider Ihr seht schon, da klappt sich alles aus Es ist sehr, sehr gut gemacht Sehr, sehr zugänglich, äh, für, für den Wartungsmitarbeiter oder euch, wenn ihr da Wartungsarbeiten durchführt Äh, hier sehen wir auch schon vier Raketen Oben so nochmal vier und links, äh, beziehungsweise, ähm, links von uns aber geradeaus gesehen waren da nochmal acht Äh, und jetzt gehen wir hier nach hinten Und da, äh, da geht's jetzt nochmal ab Ich mach einfach mal alles auf hier Äh, wir fangen an mit Schildgenerator Dann geht es weiter mit der Battery Ich finde das einfach super, man hat super Zugang zu allen Sachen Ähm, dann Live-Support Sieht aktuell noch so ein bisschen leer aus, würde ich sagen Ähm, und den Jump-Drive, der hier auch nochmal untergebracht ist Ey, mein, guckt sich das an Alles, was man braucht Super zugänglich Love it Lass mal auf, ich mach's dann innen zu Äh, ansonsten vom Landing-Gear, äh, her würde ich sagen Ist es relativ standardmäßig Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, das ist das geilste Landing-Gear ever Aber ich mag's tatsächlich, wie sich das hier so nach vorne quasi ausfährt Ja, ihr seht's, das ist nicht so gerade runter Sondern es wird hier so nach vorne geschoben Äh, was außerdem sehr, sehr cool ist Ist dieses Cockpit Denn damit habt ihr gleich, also werdet ihr gleich sehen Einen super Überblick Echt, es sieht auch sehr aggressiv aus Wir haben hier einen Skin drauf Ähm, der sehr bezeichnend für das Schiff nochmal ist Ihr werdet gleich sehen, was ich meine Äh, und wir gehen jetzt einfach mal zuallererst mal in den Co-Pilotensitz So, und dann wechseln wir auch natürlich auf den Pilotensitz Ihr seht, da fährt sich so ein bisschen was zur Seite Ähm, ganz standardmäßig Dass da sich eine Menge Sachen ausklappen, wenn man irgendwo reingeht So, sind wir hinten drin Bam, bam, fertig Relativ unbeeindruckend Der Co-Pilotensitz würde ich sagen Aber er erfüllt seinen Zweck, ja Also mit unbeeindruckend meine ich Das meine ich in keinster Weise abwertend Ähm, ich werde euch gleich auch nochmal was Geiles An dem Cockpit von außen zeigen An dem Canopy Quasi an dem, äh, Windschutzschild So, wir machen mal kurz Äh, genau, Power on Jetzt habe ich auf Deploy gedrückt Er ist schon draußen, der Turm natürlich Kann ich den denn jetzt mal Bei Deploy passiert jetzt gerade nichts, ne? Doch, guckt Ihr seht es Er kann sich nach unten hinten fahren Äh, was das Profil des Schiffes einerseits verringert Äh, ich finde, was ich sehr cool finde, ja Äh, aber Es schränkt sehr, sehr euren Schussbereich ein Ähm, ist nicht so nützlich Ja, ihr könnt nach unten schießen dadurch Was cool ist Aber dafür verliert ihr quasi die 360 Grad Abdeckung Die ihr oben hättet Was ich euch jetzt mal zeigen werde So Äh, wir retract So Bam, ba, bam Und wir sind oben Und hier habt ihr halt eine wesentlich bessere Abdeckung Ne, was soll man sagen Also ich glaube, die meisten Leute werden das bevorzugen Äh, da Denen oben zu haben, wenn sie kämpfen Aber ich finde es schön Vor allem, wenn man das Ding gerade alleine fliegt Denen einklappen zu können Solange man den noch nicht slaven kann Oder irgendwas mit dem machen kann Einfach eingeklappt lassen Und ihr seht Was ich meine Das ganze Cockpit Oh, jetzt seht ihr es nicht Das ganze Cockpit Fährt sich einfach nach unten Wartet mal Ich resette mal kurz die Ansicht Ich glaube, ihr könnt es jetzt gleich sehen Wenn ich wieder einsteige in den Piloten-Sitz Jetzt steigt erstmal kurz ein Parko ein Ah ja, perfekt Sehr Perfekt Seht ihr das, wie sich das ganze Cockpit nach vorne schiebt? Ich finde das total geil Ich finde, das ergibt auch total Sinn Und wirkt einfach stabil Ist eins meiner Lieblings Cockpit-Scheibendinger Finde ich stark cool Feier ich Und obendrauf Der für den Co-Piloten schiebt sich glaube ich So ein Stückchen zurück Oh, steigt der schon wieder aus? Warte, vielleicht können wir es nochmal sehen hier Ob sich jetzt hier noch was nach vorne schiebt Ich hatte es irgendwie im Gefühl Dass sich da auch noch was nach vorne schiebt So Ja, da Das Stückchen hier hinten Das schiebt sich nach vorne Der klappt sich zu Bam, bedam Schöne, schöne Animation Schöne Animation So Jetzt können wir eigentlich auch starten Wir steigen jetzt beide ein Und dann zeige ich euch natürlich das Worauf ihr alle wartet Ausklappen Waffen feuern Richtig schön Richtig schön Hä? Wollen wir? Meiner will gerade irgendwie nicht so ganz Nach dem Weckspawren der 400i Die mir übrigens freundlicherweise von Nobel zur Verfügung gestellt wurde Danke nochmal Nobel Ich konnte schon mal ein paar Screenshots machen Aber die 400i kommt noch Leute Keine Sorge Ich habe so Bock da auf Dass ich liebe die mit der 400i Wenn wir jetzt hier überhaupt reinkommen Ja Ansonsten was ich noch zu sagen Was ich noch sagen lässt Ich weiß gar nicht Ob das immer noch geht Oder inzwischen gepatcht wurde Aber man konnte Mit eingeklappten Flügeln Quasi mit den Waffen Trotzdem schießen Was ja erstmal Sinn macht Bis man bemerkt Dass die Waffen quasi Durch die Triebwerke durchschießen Die sich übrigens auch so ein bisschen Nach oben und unten ausklappen Werde der jetzt denken So Also ihr braucht schon eine Weile Als Pilot und Co-Pilot da einzusteigen Einfach weil sich die Leitern Immer zwischendurch da nochmal einfahren So Bitte bitte Okay warte Ich glaube ich muss die Leiter schließen Und dann direkt auf Enter Pilot Seed klicken Das gehört zur Star Citizen Experience dazu Hoffentlich klappt's Ja Animation Woo Woohoo Woohoo Okay Da sind wir Da sind wir drin So und jetzt kann ich euch alles hier schön von außen zeigen Während es passiert Wir machen die Triebwerke an Rundar Rumpadam So Wir klappen das Landing Gear ein Wie gesagt Das ist jetzt hier nichts zu besonderes Vom Landing Gear her Aber ihr seht natürlich die Flügel Die sind was Ganz besonderes Deswegen werde ich es euch auch nochmal ein paar mal zeigen Ihr seht Man sieht direkt Dass das ein Schiff von ASI ist Und da bewegt sich eine ganze Menge mehr Fast als es sein müsste Da schiebt sich ja was nach vorne zurück Da fahren sich Sachen aus und ein und alles Aber das ist geil oder Es Wirklich Es ändert das komplette Erscheinungsbild Des Schiffes Oh ich sehe gerade Unsere Komponenten sind noch draußen Sollten wir vielleicht mal kurz einfahren Und ich finde tatsächlich Das sieht auch so Ziemlich geil aus Schnell Flott Und dann Auf einmal Waffen ausgefahren Und es geht ab So jetzt können wir mal gucken Ob sich eingefahren Ja Sie können noch schießen Aber ihr seht schon Sie schießen da durch Das Schiff durch Ich finde fast Das wäre ein cooles Feature gewesen Wenn das ginge Aber ich nehme mal an Das werden sie noch patchen Ähm So Man kann auch Wenn ich mich recht entsinne Irgendwo Äh die Die quasi die Flügel Ein und ausklappen Ohne dass Das Landing geht Hier war das doch Oder Äh 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 Genau Hier wenn man auf die Flügel klickt So jetzt haben wir Landing hier drin Und die Flügel Das geht aktuell glaube ich Noch gar nicht mit Irgendem Keybind Sondern es geht ausschließlich Über diese Taste im Cockpit Aber es geht Und ich finde Es ist einfach Ist das nicht geil Von den Flugeigenschaften her Sowieso super Es macht Spaß damit zu kämpfen Ihr seht Man hat Ein bisschen Überblick Nach unten Dadurch dass die Bildschirme auch Durchsichtig sind Sieht man auch Dahinter genug Generell hier nach oben Ein toller Überblick Also Und ASI Design Mag ich sowieso Äh Also man hat hier nämlich Immer eine gute Mischung Aus haptischen Knöpfen Also wirklich Knöpfen Ist nicht alles Touch Ähm Und Den Displays Das ist jetzt hier schon Im Vergleich zum Beispiel Zur Constellation Andromeda Ein eher modernes ASI Design Robert Space Industries Design Ähm Gefällt mir Gefällt mir Ich mein Da Weil Ihr seht auch Wie viel Schuss Die hat In den Capacitors Kondensatoren Ja Also das Da könnt ihr auch Ordentlich was mit machen Und wenn ihr da Noch einen Co-Piloten habt Dann nochmal mehr Schaden Doppelt so viel halt Macht Spaß Das Ding zu fliegen Ist Ist auch Durchaus stark Aktuell Ähm Aber das kann sich ja eh Von einem Patch Auf dem anderen ändern Es 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 Ich mein Guck mal Ihr seid ein Feuerwerk Ihr seid ein fliegendes Feuerwerk Genau wie mit der Hurricane Es ist herrlich Also vielen Dank Paco Dass du uns das Schiffchen Zur Verfügung gestellt hast Ich hoffe euch hat Dieser Episode Wieder genauso viel Spaß Gemacht wie mir Wir werden jetzt noch ein paar Videos uns hier zusammen Im Stream angucken Kommt auch gerne in meinen Stream Immer dienstags Donnerstags 20 Uhr live auf Twitch Ansonsten Checkt gerne Mein Patreon aus Checkt gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung aus Lasst mir gerne ein Like Und ein Abo da Falls ihr das noch nicht getan habt Wenn ihr für die Opfer Der ukrainischen Krise spenden wollt Ist der Link natürlich auch Wieder unten in der Videobeschreibung Ansonsten Habt noch einen wunderschönen Tag Und wir sehen uns dann das nächste Mal Bis bald 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 Bis bald